Guten Tag, mein Name ist Jens Pilgrim. Ich stelle Ihnen heute LegaWeb Systems vor, das Tischgestellsystem für Schreibtische und Konferenztische. Ergonomische Arbeitsplätze erhöhen nachweislich die Produktivität und Effizienz im Büro. Und am besten ist das natürlich, wenn der Mitarbeiter im Laufe des Tages einfach auf Knopfdruck zwischen sitzender und stehender Tätigkeit sich umentscheiden kann und das einfach auslösen kann. Die Systeme von uns mit elektromotorischer Höhenverstellung ermöglichen das durch einfachen Knopfdruck. Damit wird die Tischhöhe angepasst. Aber wir haben auch als Erweiterung mechanisch verstellbare Säulen und fixe Säulen im Programm. Das ermöglicht dann eine gesamte Bürogestaltung, die überall gleich aussieht. LegaDraft Systems mit elektromotorischer Höhenverstellung hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Zum Beispiel haben wir die extrem stabilen Aluminiumprofile hier, die das System sehr stabil machen und eine Traverse, die zwischen den Beinen eingesetzt werden müssen, völlig unnötig machen. Dadurch haben wir keinerlei Einschränkung im Beinraum unter dem Tisch und verlieren da keinen Platz. Das macht das Ganze sehr flexibel. Der Hubweg dieser Säulen mit 675 mm, der übertrifft die europäischen Standards für Sitzstehtische um 75 mm. Da hat auch der Verarbeiter wieder einiges an Flexibilität bei der Verwendung der Tischplatte oder der Kufe, die er darunter setzt. Und bleibt auf jeden Fall in dem Maß, was für die Erfüllung der Sitzstehenorm erforderlich ist. Ein weiteres Merkmal des Systems LegaDraft Systems ist die Flexibilität in dem ganzen Baukasten. Das können wir am besten hier erkennen, denn wir sehen hier die verschiedenen Komponenten, die es da gibt für die Tischgestelle. Wir haben eine Breitenverstellbarkeit ins System integriert, sodass man Tischgestelle sowohl in 1,20 m bis zu 2 m ganz einfach realisieren kann, mit den gleichen Komponenten einfach über die Breitenverstellbarkeit. Zusätzlich dazu gibt es Möglichkeiten, nicht nur einen normalen rechteckigen Tisch zu erstellen mit dem System, sondern wir können auch gewinkelte Lösungen mit 90 Grad oder mit 135 Grad Winkeln realisieren. Alles aus dem gleichen Baukastensystem, einfach realisiert über die Verwendung verschiedener Module, die es im System definiert gibt. Die Hubsäule, die in das System integriert wird, hebt einfach in der elektrischen Variante auf dem Tischgestell 120 kg und verstellt die auf Knopfdruck. Ein weiterer Punkt bei den Gestellkomponenten und der Flexibilität des Baukastens ist die Oberfläche. Die gibt es in der Kombination anthrazitfarbene Gestellkomponenten mit silberfarben eloxierten Hubsäulen. Und es gibt das ganze System auch in klassisch weiß, dann ist die Hubsäule weiß und auch die Gestellkomponenten sind weiß. Wie bereits erwähnt, haben wir jetzt neben der elektrisch verstellbaren Variante diese mechanisch verstellbare Variante und die fixe Variante. Zum Beispiel für Beistelltische oder Konferenztische wird oft die fixe Variante benötigt. Für einen Sitzarbeitsplatz, der nicht zum Stehen verwendet werden muss, aber trotzdem angepasst werden soll an die ergonomische Sitzhöhe des Mitarbeiters, gibt es diese mechanische Verstellung, wo wir einfach über verschiedene Rastpunktionen dann die optimale Sitzhöhe einstellen können. Die Steuerung sorgt im System dafür, dass alle angeschlossenen Hubsäulen synchron verfahren und der Tisch sich immer in einer waagerechten Position verstellen lässt. Außerdem sorgt er auch dafür, dass wir eine Kollisionserkennung realisiert haben. Und diese Kollisionserkennung sorgt dafür, dass bei einer Kollision des Tisches mit einem Gegenstand, wie zum Beispiel einem Container, der unter dem Tisch steht, automatisch diese Kollision erkannt wird und der Tisch darauf reagiert, indem die Bewegung abgebrochen wird und in die entgegengesetzte Richtung gefahren wird, um die eingeklemmte Stelle freizugeben. Der TÜV bestätigt mit seinem GERS-Zertifikat die extreme Sicherheit unseres Systems. Wir haben die Systeme und alle Komponenten prüfen lassen und stellen ihnen gerne die Zertifikate auch für die Verarbeiter zur Verfügung, damit die auf einfache Art und Weise für ihre erstellten Möbel am Ende auch eine Zertifizierung beim TÜV bekommen können und GS-zertifizierte Möbel anbieten können. Lega 3 Systems für Produktivität auf höchstem Niveau.